Ja wir haben es uns jetzt beim Herrn Wolf gemütlich gemacht. Er hat einen ziemlich geilen Geräteschuppen hier hinten und den wollen wir jetzt zum Nutzen nehmen, indem wir hier mal ein paar coole Porträts schießen, die so ein bisschen durch die Scheibe gehen. Das ist so ein bisschen vielleicht Street-Style, wenn man auf der Straße unterwegs ist, durch einen Kaffee durchfotografieren oder sowas. Und wir machen das Ganze jetzt hier wirklich völlig entspannt. Er hat jetzt auch einen Kaffee geholt, obwohl es nicht abgesprochen war. Peter, kannst du gerade mal reingehen? Weil wir machen jetzt die Aufnahmen nicht vor der Scheibe, sondern hinter der Scheibe wird das Ganze stattfinden. Und das Schöne ist, wir haben jetzt aktuell eine Scheibe, die sehr sehr dreckig ist. Finde ich erstens sehr cool. Das war übrigens auch Marco seine Idee, er wollte es unbedingt umsetzen. Haben allerdings festgestellt, dass diese Aufnahmen mit dem iPhone irgendwie ein bisschen besser sind als mit Sam Huawei. Deswegen habe ich gesagt, ich mache die jetzt mit dem iPhone. Und er ist jetzt hinter der Scheibe. Wir haben ein schönes, weiches, diffuses Licht, was reingeht. Und diese dreckige Scheibe gibt so ein bisschen Effekt. Klar, man kann die jetzt mit Instagram-Look oder Snapseed diese Effekte kann man auch nochmal drüber setzen, dass es so ein bisschen dreckig aussieht. Wir fotografieren es direkt live mit. Und Peter, ich würde dich gerade mal bitten, du hörst mich? Ich würde dich gerade mal bitten, einfach nur mal chillen, gemütlich gucken, keinen Fokus direkt in die Kamera, nur Kaffee trinken. Das soll der Plan sein. Also gut. Also ich mache schon mal die erste Aufnahme. Wie ihr seht, hier spiegelt sich ziemlich viel. Also hier spiegelt sich fast alles um uns herum. Und das sind halt viele Farben, die ein bisschen störend sind. Ich mache jetzt erstmal eine Aufnahme. Peter, du kannst dich entspannen, ganz normal dein Leben verbringen in diesem Geräteschuppen. Das Leben hinter der Scheibe. Die Kehrseiten eines Promis. Wie wir sehen, ich schaue gerade mal das Bild an. Jetzt habe ich die Scheibe fokussiert. Ist auch ein Effekt. Es sind viele Störer, die ein bisschen nervig sind. Und eines der ersten Störer wäre jetzt für mich die ganzen Farben. Deswegen entscheide ich mich gleich. Ich fotografiere in Schwarz-Weiß. Einen Look kann ich später immer noch drüber setzen. Aber ich möchte das gleich beurteilen können, wie es aussieht. Und daher würde ich gleich sagen, ich gehe hier in den Modus herein, wo ich einen Schwarz-Weiß-Look, schaut mal her. Ich gehe mal hier mal durch, welche Presets man hier alle direkt live anwenden kann. Ja, das ist auch nicht schlecht. So ein Sepiaton. Ein bisschen wärmer macht es auch. Ja, jetzt kommen wir Richtung Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß-Hell. Silbertöne. Schwarz-Weiß-Dunkel. Und das ist, was mir sehr gut gefällt. Das ist mir fast zu Phenemien. Fast zu weich, so silbrig. Aber dieser Schwarz-Weiß-Dunkle Stil, der gefällt mir jetzt unheimlich gut. Den würde ich jetzt so belassen. Das heißt, ich bestätige ihn. Und ich mache jetzt noch mal die gleiche Aufnahme wie soeben auch. Und wir vergleichen jetzt mal. Das war das Bild zuletzt. Und das war das Bild. Das war nichts. Das lösche ich gerade mal. Weil das brauchen wir wirklich nicht. So, zack. Foto löschen. So, dann können wir das besser vergleichen. Ich finde es interessanter. Okay, ganz klar. Es ist sehr, sehr speziell. Dieser Geschmack, der ist sehr, sehr speziell. Aber ich finde es schön, bei Fotos auch mal Personen zu beobachten, was sie machen, wenn der Fokus nicht immer direkt in die Kamera geht. Und das haben wir hier auch. Er ist in seinem Element. Er ist jetzt in seinem Häuschen drin, in seinem Geräteschuppen, liest eine Zeitung, raucht heimlich eine Zigarette vielleicht. Wobei das Rauchen aufgehört hat. Für unser Video. Du puffst, gell? Er puffte. Trinkt einen Kaffee, genießt das Leben. Und ich tue ihn jetzt ein bisschen so Undercare-mäßig fotografieren. Okay, Peter. Chill einfach mal. So, jetzt haben wir folgende Situation. Hier spiegelt sich halt sehr viel drin. Gefällt mir sehr gut. Man könnte ja fast dieses Bild so auch ein bisschen als Double Exposure verkaufen, diesen Bildstil. Man kann hier auch ein bisschen rumspielen mit der Reflektion, indem man einfach mal die Scheibe ein bisschen bewegt. Jetzt bin ich im Bilde. Seht ihr das? Also das ist schon mal eine Variation, wo wir verändern können. Wir können die Spiegelung beeinflussen, indem wir die Scheibe mal auf und zu machen. Und das ist etwas, was ihr auch zu Hause machen könnt. Wenn ihr ein Fenster habt, das ein bisschen dreckig ist. Das ist jetzt sehr dreckig. Scheibe mal auf und zu. Dann könnt ihr den Effekt beeinflussen. Ich mache das gerade mal von hier unten. So, ohne dass ich jetzt drinne bin. Das ist sehr gut, Peter. Jetzt habe ich eine Spiegelung direkt im Auge. Möchte ich nicht haben. Blick mal ein bisschen mehr nach unten. Denk mal über dein Leben nach. Alles gut gelaufen. Sehr zufrieden. Etwas sentimental, aber ich mag das, wenn das so ein bisschen sentimental ist. Neh mal, du bist ein nachdenklicher Wolf. Schieß den auch mal gerade mit. Was wir jetzt auch noch beeinflussen können, ist da, wo die Schärfe sitzen soll. Oder der Fokus zumindest. Aktuell ist er jetzt so ein bisschen auf dem Peter. Ich kann es nur mal verbessern, indem ich jetzt hier mal rein zoome. Bleib mal ganz kurz stehen, Peter. Versuch dich nicht zu bewegen. Und jetzt versuche ich mal den Fokuspunkt auf ihn zu setzen. Ich gehe mal hier rum. Peter, kannst du mal ganz kurz gerade stehen, bitte? Stopp, 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 stopp. So. Ich fülle mal das Auge. Ich lasse es jetzt mal so. Jetzt habe ich die Schärfe so aufs Auge gesetzt. Ich löse mal aus. Ich drehe mal ein bisschen die Kamera, spüle mal ein bisschen rum. So ein bisschen heraus. Jetzt habe ich nur ein Auge. Ist auch nicht schlecht. Also ich habe jetzt nicht den Fokus auf die Schärfe gesetzt, weil dann sehe ich gar nichts mehr von Peter. Man kann es auch mal probieren. Ist aber jetzt nicht ganz so mein Ding. Ist das meine Hand? Das sind jetzt meine Finger, die im Spiel sind. Jetzt müssen wir mal gucken, dass ich ein bisschen switche. Trink mal was für einen Kaffee, bitte. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Nochmal, bitte. Ich nehme das mal mit Fenster. Und jetzt ziehe mal genüsslich an deiner Zigarette. Aber du puffst ja nur, gell? Du bist ja Puffer. Und puste mal gegen die Scheibe so ein bisschen. Wie ihr seht, ich mache mehrere Aufnahmen. Bisschen Dauerfeuer. Wichtig ist, dass mir eigentlich zwei, drei Schüsse dabei sind. Die reichen mir. Aber ich experimentiere jetzt einfach viel rum. Ich probiere mal ein Hochformat. Ey, Hochformat ist sogar viel besser. Hochformat gefällt mir richtig gut. Jetzt zoome ich nochmal rein. Ab und zu ist der Fokus weg. Ich fokussiere nochmal. Lass mal die Hand oben bitte, Peter. So ist gut. Und puste mal aus. Der sieht so nachdenklich aus. Du machst es richtig gut. Bist du oft hier? Ich würde sagen, wir haben genügend Aufnahmen. Ich bin zufrieden. Du darfst aufrauchen. Und ich check gleich mal, was so an den Bildern dabei ist. Wie gesagt, ich brauche jetzt nicht alle Bilder. Mir reichen, wenn so zwei, drei coole Bilder dabei sind. Klar, ich hätte jetzt auch Dauerfeuer machen können. Aber diese Auswahl muss jetzt nicht unbedingt sein. Von daher, ich bin zufrieden. Und jetzt gehe ich auch mal einen Kaffee trinken. Und jetzt gehe ich auch mal einen Kaffee trinken.